Bene Kikukuryu Osumi Ikarashi, 61 cm Yonsai Waibu, sehr schöner Bene Kikukuryu, aus der kann die 80 cm schaffen, bin ich mir sicher. Die Spinnis von Osumi Ikarashi wachsen ziemlich lang, also nicht nur die ersten 5-6 Jahre, sondern weit drüber hinaus, also wir haben zwei, drei schon über 80 cm, einen haben wir heuer verkauft. Und wer hier Interesse hat an den Ofen, der kann da gerne bei uns einmal mehrere größere anschauen, wir haben mehrere da. Noch, noch!